hey leute herzlich willkommen zu meinem neuen video hier bei mir. heute spielen wir mit meinem clever bot also und dabei snack ich ja ein bisschen sushi, ein bisschen sushi. also ok ich habe hier schon ein bisschen mit ihm geschrieben und ja dann würde ich mal sagen let's go. ok schauen wir mal. was machst du? hehehe ich fache bis dahin erstmal nein weil ich es kann ok das ist irgendwie richtig cringe ok ok frage ihn mal was ja bist du ein Huhn? ok aha aha naja ne 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 Okay, frag mich mal, was schreibst du denn jetzt? Okay. Was mach ich? Clever, boah, wie heißt es da? Wow, Unterstrich, hallo, Unterstrich, 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 ja, genau. Ähm, um, für was? Bruder, ja, genau, genau, ich kenn dich auch, ähm, nicht erst seit vier Minuten. Okay. 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 Okay, das wäre so schlimm, das wäre so schlimm. Ja, genau. Ja, genau. Er merkt, dass er dumm ist, weil ich, ich, cool bin. Jetzt machen wir mal ein richtig gutes Komponent. Du, ah, bleh, bleh, okay, jetzt schicken wir einfach mal, ne, wir werden auch wahrscheinlich noch mal ein neues Video machen, wo wir dann extra, ähm, Emojis zu ihm schicken und er dann so reagiert irgendwie. Schicken wir mal den hier und gucken mal kurz. Zeig uns eure! Warum? Aber dazu kommt dann, äh, so. Wieso? Guuuut! Haaaah, wir nerven ihn jetzt richtig? Wow. Wir schreiben irgendwas. Hier. Ja. Ja. Ja! Ja! Hup! Hup! Hiap! Ja, boah ey. Juuu. Okay, da war richtig lustig. Vielleicht kommt heute noch ein zweites Video raus. Wir wissen es nicht. Ähm, ja. Also mit wir, meine ich. Und, ähm, ja. Can't you read and talk about Bruno? Brr, was schreibt er hier? Okay, ähm. Was machst du? Du. Schade. Ich nicht. Doch, bin ich aber egal. Ja. Nein, bin ich nicht, aber okay. Okay. Dann muss ich mal schreiben. Okay. 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 Das marketing. Und, also, wie ist dir auss실? Was weißt, ich würde sagen, denn du bist,×kfrä处. Mh... Toll... Hä? Er redet wieder deutsch? Okay. Was schreiben wir? Kannst du... Du... Ja... Kannst du das auf YouTube? Schreibe ich hier mal? Okay. Mach! See! Ich glaube, das passt nun in jetzt. Hehehe. ok easy ok ganz easy ich würde sagen wir gucken dann nochmal auf youtube ob es ihn wirklich gibt also warte mal wir kopieren das mal wenn das überhaupt geht genau kopieren ich würde sagen wir mal rein ähm so ähm Ähm, er hat mir noch nicht ge... Geh, 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 geh... Er hat mich noch nicht... ...gemoniert, boah... Du hast... Okay... Ja, wir sind hier rein... Okay... Ich würde sagen, dann sagen wir immer tschau... Ähm, dann ist das Video offen vorbei... Happy End... Und... Bye, bis zum nächsten Video... Achja, vielleicht kommt noch Part 2... ... oder das mit den Embrogies... ... oder irgendwas kommt heute vielleicht nochmal raus... Okay, bye...